Herzlich Willkommen bei Landwirtschaft Simulator 2015 Auf die WSB Chill Map Mit Fabio Und mit Mr. Gamezucker War jetzt grad ein bisschen komisch da Okay Ja, hat nicht angezeigt, dass er schon aufnimmt Hm Ja, okay Machen wir mal weiter Ja, 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 ja Verkaufen Geht mal eine Kohle Ja Mal wieder Sachen kaufen Ja Oh ja, wir haben sogar bald 100 Mh 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 werden auf das andere Feld ist es Entschuldigung für das Fahren hier jetzt gerade aufgebost aber bitte Gersten, kein Robstar so, das weiß ich nicht noch eins weiter ich komme ich komme schon keine Sorge 3 Scha mhm naja Wurst wir haben ja aus dem Glück den Entmutnis drin Sonst hätten sie erst dünnen müssen hoffentlich wird es hier noch voll der Hänger ich hoffe es wir haben ja gesagt wir kaufen einen neuen Hänger in der letzten Folge ja heute ist Donnerstag ja ja und alles gut nachträgt ja 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 ich hatte gestern Geburtstag gehabt Leute ich bin ja schön ein Jahr älter jeder wird mal ein Jahr älter man wird ja nicht jünger das wärs ey das wärs ey das wärs immer jünger werden jung 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 wir fangen mit 100 an und gehen auf einmal auf einmal 0 so auf deutsch fangen wir von alt an hin zu ganz jünger um auf einmal sagt man hier mit 30 kannst du erst Bier saugen so haben wir jetzt noch ein Hänger kräft mit diese ist jetzt für die Mischzeug erstmal haben wir halt gekauft für die Kühne Zeug brauchen wir das immer mit den großen Hänger da hinten drunter zu fahren so los geht's super Angebot haben wir soweit super Angebot haben wir soweit super Angebot haben wir soweit meine Güte oh jetzt habe ich das Schild mitgenommen ja und das klickt mir grad vor die Motorhaube machen naja nimm ich halt das Schild mit wieso die Kuhweite und stellts dann da auf das wärs noch man muss das aufstellen noch so das wäre eine Sache für sie so ok und wenn die Geräte auch noch kaputt gehen würden nein gibt's wahrscheinlich irgendwann so einen Mod dass die Geräte kaputt gehen und so so haben wir schon mal Mischvoter rein schon das ist echt real nicht wert ich bin gespannt was L.A. 17 rausbringt dann wird bestimmt geil das ist das das funktioniert noch das funktioniert noch noch das das funktioniert das ist nicht mehr drin hier bis das ist jetzt haben die erstmal es drin jetzt sind die bestimmt wieder froh was fehlt noch die Lage und wir den Wannen rein. Wir gehen den Hänger hier so hin. Genau. Oje, sieht man nicht so aus, als man die komplett raps machen kann. Scheiße, hätten wir doch. Naja, wir sehen wieviel rauskommt, hoffentlich sind es nur 20 oder so, da brauchen wir noch 30.000, naja. Der hat mich nun voll bald. Gucken wir mal. 10.70 Uhr. Ja, gut. So. Mal eine so stehen lassen. Wo ist eigentlich das Meeting hin? Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken, ist es hier hin? Hier drin? Nööööööö. Okay. Gucken wir mal gleich hier immer noch. Da ist die blöde Rambe. Nicht blöde Rambe, sondern Rambe. Ach, unten bei der Kühe. Okay. 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 Da ist gleich fertig. Und da ist der beide Freundin her. Okay. 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 Oh Mann. Okay. Okay. Komm, 30 Jüdisch haben. Das wird knapp werden, dass man 30 Tonnen einkiegt. Das wird knapp schon mit 20 Tonnen. Das kann man treffen zum DINNER, zum T-Port. in der 20. Mai jetzt auch fertig Kollege Danke Ja Mhm Wo sind diese Teepot da oben mein Gott Lager mir erstmal Lager 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 Okay Okay Tun wir das erstmal in Lager rein Bei Missionen gehen ja die und ist weg Das ist gut zum Glück 130.000 fehlen uns um den Auftrag zu erfüllen Hättest bloß nicht das verkauft Hättet man das genau machen können Naja Wurscht Bis mal kein Zeitpunkt ist noch dazu Macht ja nix Gebe Ablob Ich bin so weit kann ich sehen wie es hier Mhm Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Wenn euch gefallen hat Daumen nach oben Ja Und dann sagst du mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Hau rein Und noch ein dickes Ass5 Ciao Tschüss Tschüss